Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Techwell 2. Und zwar dieses Mal zur Livestream-Zusammenfassung, denn wir haben einiges geschafft, würde ich sagen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, am Sonntag, also der 17. müsste das sein? Ne, der 16. war es. Da hatte ich ein Livestream gemacht gegen 15 Uhr, könnte auch nochmal vorbeischauen, sollte gespeichert sein. Und ja, was haben wir alles gemacht? Wir haben uns ja erstmal hier einen schönen Excavator gemacht, mit dem Namen Das Big Shovel. Habe ich auf jeden Fall nochmal einen Emerald drauf geklatscht, weil diese Durability, alter Finne. So, was haben wir noch gemacht? Ich habe hier unten nochmal eine Anlage gebaut, und zwar per Harvest & Planner lassen wir jetzt mal hier Weizen immer nachpflanzen und absäden. Dann hier noch Karotten und dann noch Rotatos. So, und was ich jetzt mal gerade machen wollte, weil ich nämlich die Leistung total vergessen habe. Das Problem ist halt einfach, gucken wir uns dann hier alles unregelmäßig an. Einfach mal auf Warren Robin stellen, das heißt es wird einfach mal... Ist das jetzt ernsthaft da runtergefallen? Mist. Ja, haben bestimmt auch irgendwo eins. Auf jeden Fall sollte so alles kein Problem sein. Karotten wurden glaube ich auch noch nicht richtig eingestellt, mache ich dann jetzt auch nochmal. Auch hier auf Round Robin. Auf jeden Fall ja schön gut versteckt mit dem Oakwood Panels. Habe ich hier an den Seiten nach die Gloss & Swips gemacht, aber ich glaube da werde ich die anderen nehmen, die etwas breiteren, weil das passt ansonsten nicht. Auf jeden Fall, das haben wir gemacht. Wir haben teilweise hier die Query noch ein paar Sachen genommen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir den Koppelsohn verbraten. Und dann haben wir sogar noch ein bisschen was gebaut, mehr oder weniger. Wir haben hier schon mal einen schönen Weg verlegt. Da drüben was ge... Ähm... Ja, wie heißt es? Das wird keiner mag. Terraforming betrieben, danke. Denn ich wollte das NPC-Dorf von da ein bisschen näher hier heranholen, damit ich so ein bisschen Zugang habe. Weil ich will ja auch so ein bisschen... Ähm... Na... Ich will ja auch so ein bisschen schön bauen hier. Und das würde ich dann gerne jetzt in der nächsten Folge machen. Das war es dann auch schon für diese Folge, halt die Leistungszusammenfassung. Auch dankeschön, dass ihr da bei wart, mehr oder weniger. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir es am nächsten Mal, wenn wir die... Ähm... Das NPC-Dorf hier aufbauen. Und bis dahin würde ich sagen... Tschüss!